So Leute, willkommen zurück zu The Bar in Your War, Isaac und ich frage meinen guten Freund Rando um! Ach, wenn nicht heute denn, oder? Na, ich weiß gar nicht. Vielleicht nehme ich auch einfach mal wieder Cain. Dann kriege ich vielleicht auch was zusammen. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme Cain. Denn wenn ich nicht Cain nehme, werde ich wahrscheinlich wieder abkacken. Und ich will jetzt mal einen Run auf Anhieb schaffen, das ist schon lange her. Seit ich das geschafft habe, oder? Ich weiß gar nicht. Gefühlsmäßig, ja. Gefühlsmäßig ist das so lange her. Oh! Das ist gar nicht so schlecht. Das ist ein gutes erstes Item. Damit kann ich leben. Der aber nicht. Aha! Vielleicht Leute, der äußerst seltene Fall ein. Oh, Moment. Dass ich auf der ersten Ebene in den Shop gehen kann. Ah, toll. Hat sich ja fast wieder gelohnt. Beinahe. Beinahe, meine Freunde. So, keine Bomben. Das heißt auch kein Geheimraum. Oh nein! Nein! Es ist ein Körper. Nein! Oh, ich hab's geschafft. Okay, pass auf. Äh. Nee, das geht nicht. Ich hole mir die Truhe. Ist mir egal. Ich will kein... Toll. Oh, 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 oh. Das hätte vielleicht sogar funktioniert. Aber es sollte nicht sein. Mannsdruck. Ah, das ist der Fette. Okay. Das heißt, du kannst nicht springen. Was hier generell mal nicht schlecht ist. Denn du gehst, glaube ich, genauso schnell drauf und hältst nicht mehr aus. Oder? Ich weiß es nicht. So wichtig ist das auch nicht. Der wird so oder so von mir platt gemacht. Ist es da wichtig, wie viel Gesundheit er hat? Nein. So. Help up. Und jetzt... Ah, die Neugierde. Die Neugierde packt mich wieder. Und die Gierde. Natürlich. Ich will kurz was schauen. Ne? No. Verdammt. Wahrscheinlich war er doch hier. Hm. Dann wäre ich nämlich in den Shop gekommen. Ja, blöd. 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 Oh, eine Bücherei. Ah, siehe da. Oh, nein. Das wird doch wieder so langweilig, wenn ich das nehme. Außerdem kommen dann die ganzen Reiter. Na, ich könnte mal... Ich könnte es ja mal drauf ankommen. Lass uns den Meat Boy versuchen. Hm. Ja, komm. Book of Revelations. Komm in meine starken Arme. Naja, haben wir das auch mal wieder. Spinnen. Ich bin ein Spider. Aha. So. Keynes Stärke. Ah. Ja. Das kommt schon noch. Warum sagt es das nicht? Jetzt ist es nicht so das Beste. Aber... Das macht mir ein... Nein. Jetzt kann ich schon wieder aufhören. Oh, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Dank. Oh, super. Dank der Pille habe ich jetzt keinen Schlüssel mehr. Ah. Fantastisch. Ah. Jetzt kommt lauter Schlüssel, Dinger. Toll. Gib mir einen Schlüssel. Das war voll und wer das konnte nicht wissen mit der Pille. No. Das ist ein Herz. Ja, ja, super. Aber da... Da komme ich sogar ran. Nein, ich will nichts riskieren. Gib mir einfach den Schlüssel. Danke. Ich könnte es natürlich auch riskieren, in den Shop gehen und mir dann dort einen Schlüssel kaufen, wenn es einen gibt. Aber nein. Ich hole mir lieber den Itemraum, bevor ich noch irgendwas bereue. Denn wenn ich irgendwas bereue, ist das schlecht. Der Schlagring. Oh, der hat mir dann nicht mehr. So, dann... Ja. Schießen wir mal wieder Zähne. Ist ja gar nicht so schlecht. Der Boss wird auch gleich Zähne schießen. Nur unfreiwillig. Wegen mir. Ah ja, welche Überraschung. Es ist Famine. Wir haben ja das Buch nicht. So, immer schön mit den Zähnen draufhalten, wenn es geht. Aber wir machen eh guten Schaden durch unser Baby. Und die Zähne. Oh nein. Zweite Phase. Er ist so gefährlich. Ich holte den... Oh. Oh, ich hab's geschafft. Cube of Need. Und der Teufelsraum. Das Messer. Ja, Hallöchen. Na, das... Oh, komm. Das wär jetzt aber echt langweilig. Das wär aber echt langweilig. Vor allem, das kostet nur ein Hertz. What the hell? Das sollte drei kosten. Meine stärkste Waffe im Spiel. Rein vom Damage her. Und kostet ein Hertz beim Teufel. Und... Oh, 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 oh. Haha. Danke. Oh, Geld. Okay, ich brauch nur noch Schlüssel. Ich brauch nur eigentlich nur noch Schlüssel. Am besten ein paar davon. Habt ihr Schlüssel? Habt ihr Schlüssel für mich? Hm? Hm? Nein. Das ist gar nicht Schlüssel. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die einzigen Viecher von diesen Dingern hier... Ähm... Aua. Also... Die einzigen Viecher, von denen die zielen, sind die roten! Die grünen und die weißen Viech sind einfach irgendwo hin. Höchst interessant. Oh, Mann! Ich weiß. Ich nehme mir grad Schaden. Ich nehme mir grad Schaden. Da komm ich nicht dran. Oh, ich hab Schlüssel gefunden. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay. Chocolate Milk. Ist eher suboptimal. Mit meinem derzeitigen Loadout. Muss ich mal so sagen. Nein, nein, nein. Das wär keine gute Idee. Oh, Greek-Köpfe. Oh ja, super. Oh ja, toll. Oh ja, wolle, 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 wolle euch töten. Nein. Nein. Du, das steht ja nicht raus. Du, kleine... Oh nein! Du Sau! So, ich geh mit Absicht nicht in die Bücherei. Weil ich schon ein gutes Buch habe. Und ich würd das jetzt eh nicht austauschen. Oh, weh. Ja. Oh mein Gott. Ich komm nicht ran. Da komm ich sehr wohl ran. Aber ich hab keinen Schlüssel. Mal wieder. Und wir haben übrigens den XL-Ebenen. Den hab ich auch gar nicht gemerkt. Weil das nicht unten steht. Komischerweise bei den Katakomben. Und ich glaub, bei Necropole steht das auch nicht. Sehr seltsam. Wieso eigentlich? Was macht das für einen Sinn? Richtig, gar keinen. Ah, schön, sehr gut. Ah, da ist ein weißes Finger. Das hol ich mir nachher. Die Mä. Ja, ist immer gut. So, ich spreng hier schon mal auf. Ja, so. Okay. Und das hol ich mir nach den Bossen. Sonst ist es mir, obwohl wir nicht genug blaue Herzen bis dahin hab, würde ich es dann sogar mitnehmen. Wenn das so ein Pro. So ein Pro. Ach, verdammt. Ich hab vergessen, dass es zwei Itemräume gibt. Ja, da war ja was. Verdammt. Natürlich. Nein, hier gab's keine Schlüssel. Natürlich fehlt mir jetzt ein Schlüssel. Aber ich müsste fliegen, um da hinzukommen. Verdammte Scheiße. Da ist ein Schlüssel. Aber ich versuche... Also, es sind noch so viele Räume, da werde ich ja wohl irgendwo her einen Schlüssel bekommen. Wär doch gelacht. Wenn nicht. Du Wicht. Mhm. Du bist ein Wicht. So. Das war schon fast ein Schlüssel. Müssen dauernd diese Viecher kommen. Ich hasse die. Ah. Aha. Hast dir so gedacht? Freund Blase. Hat mir leider nicht, äh... Funktioniert. Arschloch. Aha. Tja. So. Blauer Stein. Mit Schlüssel. Ich wollte es nicht aussprechen, aber es waren Schüsse drin. Okay. Dann haben wir wenigstens so unsere Schüsse bekommen. Ist ja auch okay. Nein. Hör doch mal auf. Du bist voll doof, ey. Naja, Herzen. No need. Ah ja. Dieser Raum ist so schön, weil die so schön eingesperrt sind. Diese Mistviecher. So, Bugu. Komm schon. Veri, geh da in die Mitte. Ja. Ah ja, auch gut. Auch gut. Ihr miesen Viecher. Genau das, was ihr verdient habt. Aua. Hab ich das verdient. So. Nein. Die Räume wiederholen sich grad aber oft hier. Ist ja langweilig. Langweilig. Wo geht's hier eigentlich dann? Was ist hier? Ach, die. Ah, stimmt. Bossräume hab ich ganz vergessen. Die gibt's ja auch noch. Die muss es ja auch noch geben. Sonst hätten wir ein Problem. So, sterben bitte. So, sterben bitte. Sackfliege. Okay. So. Und noch mehr Sackfliegen. Oh ja. Oh ja. Wieder diese Pille. Ah, würde mich echt interessieren, was die für einen Effekt hat. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg laufen. Oh ja. Ist das ein Spaß. Bis zum Itemraum zurück. Oh ja. Toll. Oh. Ah ja. Ich weiß. Es ist, es ist hyper spannend. Aber. Ich kann da leider nicht helfen. Ich könnte schneiden. Aber ich kann auch nicht. Ich werde doch nicht jeden Weg schneiden. Das ist doch dämlich. Dämlich ist das. Dämlich. Ja. Und das weißt du. Jetzt werde ich mitnehmen. Da ist mir der Weg viel zu weit. Um das erst im Nachhinein zu holen. Ernsthaft. Ah. Bobby Bomb. Okay. Jetzt sollten wir genug Bomben haben. Aber wir haben keine Schlüssel. Scheiße. Scheiße. Okay. Nein. Warum gehe ich da immer noch rein? Tschüss, Pille. Ich kann euch nicht holen. Es sei denn. Wir kriegen jetzt Fallen. Und ich bekomme das umgedrehte Kreuz. Und dann würde sich da was machen lassen eigentlich. Aber ich denke, ich denke nicht. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich Pestilence bekommen. Und dann wahrscheinlich noch Chat. So wie ich das nette Spiel kenne. Ich hasse Chat. Da ist Pestilence. Oh, welche Überraschung hier. Frist die Bombe. Dafür, dass wir den Weg abgeschnitten hast. Arsch. Ha. So. So. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. So. Bitte. Nein. Bitte. Sterben. Oh. Das war ja schwer. Okay. Club of Meat. Der zweite. Jetzt haben wir mal einen Meatboykopf. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann piep. Verdammt. Nicht so geil eigentlich. Aha. Da. Ich wusste es. Du Arsch. Du Sohn einer Hündin. Nein. Hörst du auf. Alles voll zu pissen. Hilfe. Alles voll zu pissen wollte ich sagen. Nein. Und stirbt. So. Ich hab das weiße Herz noch. Alles wunderbar. Da ist sicher ein Damage-Job. Das werde ich mir auch gönnen. Hallöchen. Hallöchen. Gut so. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Fast eine Viertelstunde. Wir sind gut im Rennen. Würde ich mal meinen. Oh. Nein. Ich asse diese Dinger. Die werden in Necropolis auch so gespammt. Das ist der Wahnsinn. Ah. Ich liebe diese Dinger. So. Nein. Eh keine Schlüssel. Also von daher. So. Die Wahrsage-Maschinen sind mit Kane auch viel besser. Aber wenn da viel häufiger kommt, kommt hierher. Komm schon. Springt in die Dinger da rein. Komm schon. Komm schon. Jetzt habt euch nicht so. Oder momentan. Ich hab genug Schaden. Ich mach die einfach so kaputt. Ich hab mich nicht so kaputt. Bam. 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 Damals. Folge Bämt. Oh. Ja. Okay. Der hat sich selbst gebärmt. Da komme ich nicht rein. Verdammt. Aber ich komme an diese Truhe ran. Oder auch nicht. Okay. Dann. Ich will bis hin. Ne Korte. Empress. Ist gut. Brent Penny. Ist gut. Isaac Kopf. Nehme ich dort. Brent Penny. Ich sagte. Oh. Okay. Hat sich eh erledigt. Ciao. So. Haben wir gleich noch einen Vieh, das mit uns feuert. Und der Typ ist tot. In 3, 2, 1. Bam. Hui. Den Raum hatten wir schon, oder? Na. Mal. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Huah. Huah. Ah. Oh. Ui. Schon wieder 10 Münzen. Oh. 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 Das war knapp. Two of spades. Hm. Da müsste ich erstmal Schlüsse finden. Oh. Oh. Gottini. Du kannst mir ein HP updroppen, wenn du geil bist. Bist du geil? Ich glaube, du bist geil heute. Komm schon. Zeig mir deine Geilheit. Neun. Oh. Blaue Herz. Ist gut. Ist gut. Ist gut. So. Ich muss Schlüsse sammeln. Dann werde ich sie verdoppeln. So lautet der ausgetüftelte Plan, den ich ausgetüftet habe. Schnell. Ah ja. Ich sehe ja den Geheimraum. Latita. Latita. Gelb. Nicht Überraschung im Geheimraum. So. Ich brauche immer noch Schlüssel. Ja. Ah. Nein. Spinnen. Spinnen. Sie sind überall. Auf der ganzen Ebene. Schlüssel. Die Viecher gibt es ja hier auch. Aber sie gehen schnell kaputt. Das ist ein Pinkie-Eye. Das nehme ich mal. Nein. 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 Ah. Okay. So. Leck mich am Arsch. Okay. Roid Rage. Damit werden wir verdammt schnell. Aber das ist in Ordnung. Niu. 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 Okay. Auf den Spinnetzten sind wir immer noch langsam. Naja. Naja. Ah. In den Shop komme ich jetzt auch rein. Ha. 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 Okay. Alles klar. Alles klar. Mir geht es gut. Mir geht es gut. So. Oh. Sind wir schnell. Niu. 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 Miep. Okay. So. Lass mich rein da. Hallo, Reed. Oh. Ne, doch nicht. Ha. 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 Oh. Ja. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Niu. Die kriegen mich gar nicht so schnell diese Missteile. okay ab zum ab zum portz ab zum portz hallo war ja nein der champion woher konnte ich das du bist dass der jetzt kommt ja leck mich am arsch du das war ja voll mies auch schon vergift die nein da war eine kugel schon vergift den vergift den verdammte scheiße vergift ihn noch einfach los los ja gut so gut so gut so gut so macht schaden weist der macht macht schaden deswegen will ich weiß ja du bist kaputt so stier neu diese kugeln sind voll mies so damit schon den kleinen mietbeut das sieht gut aus